Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Feige, Planet Crafter hier bei Heisenberg zockt. So, wir gehen auf Expedition, beziehungsweise wir düsen mal nochmal nach da hinten, wo, was war denn da hinten? Ja, dieses schwarz-weisse Dingens, da möchte ich nochmal hin und dann möchte ich dort Windräder aufstellen, damit wir das gleich wieder finden und ich möchte vor allem gucken, was es dort alles noch gibt. Wir rüsten uns mal aus, Firma Sauerstoff sollte reichen, wir brauchen aber definitiv ganz viel Eisen, weil die brauchen wir für Windanlagen und die stellen wir hin, die lotsen uns dann den Weg, das ist eine gute Idee gewesen nämlich und auf der anderen Seite, die spenden natürlich noch ein bisschen Energie, das ist natürlich auch cool. Vielleicht noch ein bisschen was zu essen mitnehmen, ja, mal noch ein Kürbis dazu, wir werden die Sachen alle brauchen, das heisst, wir haben dann auch entsprechend wieder Platz. Wässerchen fehlt ein bisschen, weil Wässerchen haben wir natürlich unterwegs dann eher doch nicht, das ist auch irgendwie wahr. Hä? Nö, wir nehmen die von draussen mit, der Wasserspender ist doch eh schon wieder wahrscheinlich fit, allerdings, wisst ihr was, wenn wir doch jetzt gehen, dann füllen wir uns doch erstmal noch kurz den Magen. Wir haben so viel Nahrung oder so viel Nahrung und so viel Dingens. Ja, Wasser, wie gesagt, das machen wir draussen. Also, dann gehen wir mit vollem Bauch raus, das ist ganz klar. So, bist du schon wieder gut gefüttert? Jawohl. Nehmen wir mal nochmal drei mit, trinken eins und nochmal zwei und dann können wir losdüsen. Das machen wir jetzt auch. Das war irgendwo hier hinten, glaube ich, da geht es aber irgendwie auch lang. Ja, das möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Wir düsen nochmal hier lang. So, vielleicht begegnet uns ja unterwegs noch ein bisschen Aluminium, dann würde ich das mal mitnehmen. Oh, wir kommen natürlich am Sammler jetzt nochmal vorbei, mehr oder weniger. Jetzt würde ich aber gestehen, ich habe schon wieder irgendwie eher ein Problem, wo da hinten das Ding war. Wir haben ja eigentlich, ja, wir haben ja Wegpunkte gesetzt, also nicht Wegpunkte, sondern Leuchtfeuer. So, hier kein Aluminium, schade eigentlich. Hier ist Kollege Sammler, wie sieht es bei dir so aus? Einmal Aluminium. Ja, okay, immerhin. Da hat sich das eigentlich schon ausgezahlt. War es nicht hier dahinter? Ne, da ist grün, da müssen wir irgendwie hin. Ja, ne, da müssen wir hin. Also das passt schon mal. Soll ich hier schon mal ein Windrad hinstellen? So als Fährdending? Dann wissen wir einfach, dass wir richtig sind. Weil wir können uns die leisten. Die kosten nicht viel. Wo ist mein Windrad? Äh, Windrad, ahoy. Ne, das ist Energie. Ja, brauchen wir ja. Da Windkraftanlage. Ein Eisen. Zack, einfach als Fährdendingens. Da sehen wir es. Ja, dann wissen wir hier, das ist die richtige Richtung. Wobei, es wäre noch schön, wenn es dann auch die richtige Richtung wäre. Nicht, dass wir jetzt hier dann falsch sind. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss ja... Ah doch, jetzt wird es rot. Das gefällt mir schon mal. Oh, guck mal hier unten. Sehr gut. Das werden wir natürlich... Ich glaube mal noch kurz mitnehmen hier. Einmal Sauerstoff. Würde passen. Und rot war ja, glaube ich, die richtige Farbe. Danach wird es dann irgendwie anders farbig. Fliegen wir, Kollege. Dankeschön. Ich würde ja nochmal ein Windrad hinstellen. Das Problem ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist. Dann haben wir Windräder, die uns in die falsche Richtung führen. Äh... Aha, jetzt sind wir da bei der Basis. Okay, das war nicht der richtige Weg. Ähm... Ach, du Grüne. Oder komme ich hier rüber? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich hier über den Fels rübergehe. Das hat man, glaube ich, auf dem Rückweg mal. Da bin ich aber in den Fels reingefallen. Hat zwar nichts gemacht, aber ich bin da rausgekommen. Ja, das sieht man mal. Jetzt haben wir zwei, drei Folgen, sind wir nicht mehr nach da hinten gegangen. Und John weiß sich tatsächlich nicht mehr, wo es lang geht. Hier ist eine Höhle. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Was haben wir hier Schönes? Ach. Ja, könnten wir natürlich brauchen. Iridium. Aber wir haben eine eigene Iridiumhöhle. Ich mache das jetzt eher mal, um zu gucken, wo wir hier rauskommen. Falls wir hier wieder rauskommen. Hier hinten. Aha. Ist schon mal dunkel. Ah je, was ist mir denn hier gelandet? Ich gehe mal, da ist es doch. Hier, da haben wir es doch. Oh, wie einfach das jetzt war. Okay. Einmal durch die Höhle durch. Da brauche ich hier doch tatsächlich nochmal ein Windrad. So, damit wir wissen, dass das hier hinten ist. Und jetzt hier würde ich gerne einen Extraktor bauen. Jetzt habe ich zu viel Eisen dabei. Das schmeiße ich aber zur Not raus. Das ist egal. Nö. Was ist das hier wieder? Osmium. Ja, das nehmen wir natürlich schon auch mit. Osmium. So, da hinten haben wir nochmal Pulsare. Und jetzt würde ich hier ja gerne einen Extraktor hinstellen. Bringt uns natürlich wahrscheinlich nichts in Sachen Aluminium. Aber ansonsten würde hier, glaube ich, noch einiges Schönes aus dem Boden raus. Komm. Äh. Soll ich den hier hin machen? Die Frage ist halt, wo stellen wir den hin? Wobei, ich habe, glaube ich, die Hälfte gar nicht mitgenommen. Moment. Moment, Extraktor war... Ähm. Den hatten wir hier. Hier. Ja. Ja, guck mal. Ja, nee. Da hätte ich natürlich... Äh. Da hätten wir uns anders ausrüsten sollen. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Oh, eine Superlegierung. Dann machen wir das nochmal. Jetzt werden wir hier einfach mal plündern, würde ich vorschlagen. Oh, ich habe aber keinen Sauerstoff mehr. Das müssen wir noch korrigieren. Da hinten sehe ich eine Kiste. Hey, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, hat sich der Ausfluget schon gelohnt. Jawohl, hat er sich definitiv. Aluminium. Superlegierung. Aluminium. Was haben wir hier noch? Die nehmen wir mit. Äh. Und den Rest würde ich sagen, nehmen wir zwar mit. Aber nehmen wir nicht mit. Weil, wie gesagt, wir haben eine Höhle. Ich möchte aber die Kiste noch demolieren. Halt, jetzt habe ich, glaube ich, das Falsche rausgeschmissen. Die nehmen wir wieder mit. Da einmal zerlegen. Was ist das hier? Iridium. Lassen wir liegen. Sauber. Eine Kiste gefunden, immerhin. Ist hier gerade noch eine Superlegierung? Oh. Saatstreurakete. Oh, okay. Ich würde sagen... Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich würde sagen, wir düsen schnell wieder zurück. Äh. Und gucken wegen dieser Saat. Streurakete. Düsen wir hier noch lang. Kobalt. Uninteressant. Ja, so massiv viel Zeugs gibt es hier halt doch nicht. Da waren wir schon mal. Ist so eine interessante Gegend hier im Dunkeln. Aber das ist eigentlich nicht... Ja, so interessant ist es dann doch nicht. Jetzt müssen wir unser Ding wieder finden. Und dann wieder in die Höhle rein. Unser Windrad. Aber nicht den Blick auf den Boden vergessen. Ob hier nicht noch ein paar interessante Sachen liegen. Das Windrad war doch... Ja, das war hier. Sehr gut. Dann geht es hier irgendwo in die Höhle rein. Und hinten wieder raus. Und dann sind wir eh schon wieder fast an der Basis. Das ist schon eine gesunde Abkürzung, muss man sagen. Wenn ich hier den Ausgang wieder finde. Da hinten müsste das sein. Wir haben ja die Markierungen. Und dann bin ich gespannt tatsächlich. Ja, ne, jetzt ist der Inventar voll. Dann bin ich gespannt tatsächlich auf... Ähm... Diese Superrakete. Beziehungsweise... Das ist ja keine Superrakete. Da hinten haben wir nochmal Sauerstoff. Ja, irgendwann kennt man sich aus. Selbst ich kenne mich irgendwann aus, hoffe ich. Wo geht es hier rein? Einmal Luft holen. Einmal Wässerchen. Das ist leider keine Kiste. Ich dachte gerade, hier liegt noch eine Kiste rum. Schade glaube ich nicht, wenn man ab und zu... auch mal ein bisschen aussen rum düst. Nicht immer den gleichen Weg nimmt. Eben, weil man vielleicht dann noch eine Kiste entdeckt. Dann haben wir das Windrad. Okay, dann würde ich hier einfach, weil es richtig ist, auch nochmal ein Windrad hinstellen. Wir haben ja noch Eisen. So ist es nicht. Und eben im Endeffekt, das gibt uns wieder Energie. Zack. Sauber. Am Schluss wissen wir, da haben wir überall Windräder. Dann wissen wir wieder nicht mehr, wo uns das hinleiten soll. Weil das Windrad sagt natürlich in dem Sinne nicht, wohin. Das sagt einfach, wenn wir hier irgendwie dran vorbeikommen, dass wir so falsch nicht sind. So, Aluminium wäre noch gefragt. Gibt es hier halt echt nicht. Beziehungsweise, wir können ja nochmal schnell gucken, ob wir nicht wieder was gesammelt haben. Ja, alles mögliche, aber halt kein Aluminium. Ich nehme mal die noch mit, dann können wir nochmal ein bisschen Sauerstoff machen. Da geht es lang. Hoffe ich nicht, dass ich jetzt falsch laufe. Nö, müsste glaube ich ungefähr passen. Wäre halt schon irgendwie dankbar, wenn hier irgendwie vielleicht dann doch noch ein bisschen Aluminium rumliegen würde. Aber denkst du, da liegt halt schon gleich mal gar nichts rum. Gut, egal. Jetzt bin ich auf diese Saatstreu-Rakete tatsächlich gespannt. Gehen wir davon aus, die können wir bauen. Wir haben eigentlich genug Rohstoffe. Und ich ahne, was sie macht. Die macht das, was die Saatstreuer hier machen. Dann wahrscheinlich einfach mehr oder weniger überall. Oder zumindest in der Nähe der Basis. Würde ich mir jetzt mal denken. So, ich mache hier gleich mal den hier schnell. Jo, dann haben wir wieder so ein Teil. Äh, wir gehen mal abladen. Äh, was wir alles nicht brauchen. Moment, nicht in die Richtung, sondern in die hier. So, dann haben wir Superlegierungen. Ja, wir können die ja eigentlich mal lassen. Wir gehen mal gucken wegen der Rakete. Was wir da genau brauchen. Ach, jetzt muss ich mir das wieder alles merken. Das wird wieder interessant. Wenn wir 10.000 verschiedene Sachen brauchen. Na, mal gucken. Schön, eine neue Rakete ist natürlich immer cool. Ich liebe diese Raketen. Die machen einfach Spass. So, da haben wir sie. Ne, das ist der GPS. Da. Ja, ein Triebwerk. Oh, Bakterienproduktion und Mutagen. Denn das oben haben wir. Wir müssen gucken wegen Bakterien und Mutagen. Wie wir die herstellen. Ich bin mal auf Algen und so weiter. Bakterien und Mutagen. Eigentlich müsste man sich das fast aufschreiben. Allerdings, wenn wir hier reingehen und ins Labor gehen, dann sehen wir es ja. Dann können wir es uns sicherlich merken. Bakterien. Das sind die Mutagen. Das sind die Bakterien. Aha, Wasser und Algen. Und hier Bakterien. Brauchen wir hier auch nochmal. Ja, dann wie viele Bakterienproben brauchen wir denn da? Je eine? Ich mache mal zwei, drei von denen. Also, das wären dann Algen. Die haben wir draußen. Ja, dann gehen wir halt schnell pflücken. So, dann haben wir das auch gemacht. Das ist immer ein bisschen längerwierig natürlich, wenn man dann sowas plant. Jawohl, hier haben wir Al... Habe ich Algerien gesagt? Oder wollte ich das jetzt nur sagen? Algerien wäre ein Land. Nicht das, was wir hier natürlich pflücken. So, da hinten war noch mehr. Da sehen wir es. Jawohl. So, einmal Luft holen. Wieder runter. Müssen wir nicht. Ganz klar. Interessanterweise kostet uns das hier gar nichts. Wenn wir das machen. Da ist aber noch nicht mehr nachgewachsen. Oder sieht man die nur, wenn man näher rangeht? Nö, da ist noch nicht mehr. Nö, ist egal. Das reicht mal fürs Erste. Es wird immer wieder empfohlen, Bau mehr Algenfelder. Leute, machen wir. Aber im Moment brauchen wir die Algen ja noch nicht wirklich zwingend. Also, das kann ich machen, wenn dann die Not herrscht, dass wir Algen brauchen. Äh, nee. Hier hinten war es. Also, Algen und Wasser haben wir. Dann können wir eine machen. Dann können wir... Nee, da fehlt ein Wasser. Das ist aber sicher kein Problem. So, Wässerchen. Ich habe noch Aluminium an Bord. Das können wir dann auch noch benutzen. Nochmal eine. Und dann nochmal eine. Dann fehlen zwei Algen. Wir haben aber, glaube ich, Algen auch noch im Schrank drin irgendwo. Äh, wo waren denn gleich nochmal die Algen hier? So, jetzt können wir nochmal so eine Probe machen. Dann haben wir drei. Würde passen. Und jetzt hätten wir gerne das hier. Da brauchen wir... Oh, was ist das denn? Methanstab. Oh, wo kriege ich den denn her? Ja, jetzt wird es interessant. Also Schwefel haben wir. Das ist klar. Aber diesen Stab. Wo stelle ich denn diesen Stab gleich nochmal her? Hier nicht. Oder schon? Nee, das sind die Stäbe. Da brauche ich noch wahrscheinlich eine weitere Herstellungsstation. Eine weiterentwickelte. Aber wo kriege ich die jetzt auf die Schnelle her? Das wird schwierig. Da sehen wir es nochmal. Methan. Kartus. Kartusche. Eine Methankartusche. Boah, Leute. Da brauche ich ja eure Hilfe. Wie komme ich denn an eine Methankartusche rein? Die kann ich hier selber nicht herstellen. Nee, das geht nicht. Eine Methankartusche. Ach, du Grüne. Ja, wenn man nicht weiss, wie. Hilft das was, wenn ich schnell hier vorne gucke? Methankartusche. Ist das irgendwo? Nee, hier sowieso nicht. Ja, hier sowieso auch nicht. Nee. Uiuiui. Ja, jetzt bin ich ja aufgeschmissen. Weil ich nicht weiss, wie ich das herstelle. Oder wo ich das finde. Oder aus was stelle ich das her? Ja, das Triebwerk brauchen wir ja auch noch. Stimmt. Und da brauchen wir noch Superlegierung dann nachher. Uff. Ja, ich räume mal kurz aus. Weil ich komme hier natürlich jetzt so nicht weiter. Da brauche ich tatsächlich eher eure Hilfe. Ich muss wissen, wie ich diese Teile herstellen kann. Diese Methanstäbe oder was das genau ist. Superlegierung haben wir hier. Dann haben wir ja noch Samen und Kerne. Jetzt haben wir hier mal noch die Sortierung. Dann könnte ich eigentlich tatsächlich mal wieder was essen. Das würde schon mal passen. Dann haben wir nicht die Stäbe. Sondern Pulsar. Genau. Hier haben wir noch Zeolit. Pulsar, Pulsar. Sehr gut. Sortieren. Da haben wir jetzt noch auch ein paar von. Dann haben wir Aluminium. Kommt mal alles rüber. Dann haben wir hier noch ein Eisen. Das können wir hier vorne noch schnell reinballern. Einmal Eisen. Und dann haben wir noch Osmium. Und dann sind wir eigentlich wieder auf der gesunden Seite. Was unseren Rucksack angeht. Aluminium. Food. Wo ist denn Osmium? Gleich nochmal. Irgendwo haben wir es. Ich weiß es. Superlegierungen. Uran. Da. Zack. Einmal rüber. Jetzt habe ich hier schon wieder eine Superlegierung. Oder habe ich die nicht rüber getan? Jetzt wird es aber passen. Wir wollen nochmal sortieren. Eigen haben wir auch noch. Ja. Keine Ahnung wie ich an den Bauplan. Beziehungsweise wie ich. Ja. Wie ich da rankomme. An das Teil. Wir können ja nochmal schnell gucken. Methan. Kartusche. Ich meine das wäre wahrscheinlich aus Methan. Wird das hergestellt. Aber wo haben wir denn Methan? Das ist sehr ärgerlich. Im Prinzip hätten wir alles für die Rakete. Aber wir können sie trotzdem nicht bauen. weil diese Kartuschen fehlen. Ja liebe Freunde. Wenn ihr eine Idee habt. Noch nicht fertig? Ne. Wenn ihr eine Idee habt. Äh. Gerne in die Kommentare schreiben. Dann werden wir uns dem annehmen. In der nächsten Folge. Weil jetzt geht es tatsächlich noch nicht. Sollen wir nochmal Algen bauen? Irgendwie. Es ist halt schon so richtig viele Dinge. Sollen wir nicht. Was kostet denn so ein Algenkollege? Oh. DNA Manipulator. Ja. Vielleicht gibt es da dann irgendwann die Kartusche. Das kann natürlich sein. Hm. Wässerchen habe ich gerade keins dabei. Okay. Hätte ich jetzt nicht vermutet. So. Jetzt. Äh. Gehen wir mal gucken. Wo haben wir das Teil? Hier. DNA Manipulator. Manipuliert DNS. Um neue Gene zu erschaffen. Ach du grüne Neune. Okay. Da brauchen wir Zeolit. Also wir haben alles. Wir brauchen aber noch Schwarzpulver. Den Rest haben wir sozusagen an Lager. Okay. Schwarzpulver war hier. Haben wir nicht Schwarzpulver? Ehe auch doch. Eigentlich haben wir alles an Lager. Wenn man es genau nimmt. Da ist Schwarzpulver. Dann machen wir das glaube ich noch. Jawohl. Super Legierung. Habe ich Schwarzpulver jetzt eingesteckt? Ne. Ich habe das falsche genommen. Dünger. Wir haben kein Schwarzpulver. Allen Ernstes. He he. Haha. Ich dachte wir hätten Schwarzpulver. Gut. Müssen wir machen. Drei Algen. Zwei Auberginen. Äh. Auberginen haben wir doch gleich hier irgendwo. Jawohl. So. Das wäre die zweite. Dann die Algen sind hier hinten. Nochmal. Äh. Zack. Zack. Okay. Nochmal schnell gucken. Ne. Ich muss ja Dingens herstellen. Das rote Teil hier. Schwarzpulver. Jetzt war ich aber wieder falsch. Ich hätte fast schon wieder Dünger hergestellt. Das ist ja viel einfacher Schwarzpulver. Zweimal Schwefel. Einmal Iridium. Okay. Schwefel. Iridium. Zweimal Schwefel. Einmal Iridium. Ne. Iridium haben wir auch einen Schrank. Uran. Äh. Samen. Äh. 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 Iridium. Iridium. Aluminium. Wo ist denn das Iridium jetzt hingekommen? Das sind die Stäbe. Da. So. Zwei Iridium rüber. Jawohl. Dann können wir Kollege Schwarzpulver. Äh. Blödsinn. Schwarzpulver. Doch. Schwarzpulver machen. Jawohl. Gut. Nein. Nicht rausgehen. Nochmal gucken. Ne Superlegierung. Zeolit und Osmium. Ne Superlegierung. Osmium haben wir hier. Ne Superlegierung. Und Zeolit. Zeolit. Dann hätten wir das Ganze. Da haben wir Zeolit. Zack. Okay. Wir gehen raus und bauen uns den Genmanipulator. Ich hoffe der frisst uns nicht die ganze Energie weg. Wohin mit dir? Wo passt sowas hin? Vielleicht so ein bisschen hier oben? Hier oder so? Gucken wir schnell. Ich weiss gar nicht wie gross das Teil ist. Würde gehen. Hat der einen Umkreis? Ne. Geht hier aber eh nicht hin. Gehört der ins Haus rein? Sieht ganz so aus. Die ist nur nochmal zurück. Ich sehe. Übles Wetter. Hier hätten wir noch ein Plättchen. Da hätten wir auch ein Plättchen. Die Frage ist, ob man da rankommen. Wahrscheinlich schon. Wie wäre es denn im Biolabor mit dem Teil? Wenn es denn hingeht. Das geht. Hier haben wir hier in die Mitte. Oder hier. Wir haben natürlich noch leere Räume. Warum nicht hier hinten mal in die leeren Räume noch was reinstellen? Hier in die Ecke. Oder halt schon so, dass wir... Also irgendwie wäre es halt doch besser, man käme relativ gut ran. Ich mache den mal hier hin. Dreh dich mal. Zack. Und jetzt haben wir nicht mehr genügend Energie. Ist es denn wahr? Braucht das Ding dermassen viel Energie? Das gibt es doch gar nicht. Äh, Energie? Ja, nicht genügend. Äh, Kernreaktor werden wir auf die Schnelle wahrscheinlich nicht gerade hinkriegen. Oder schon? Wo ist denn mein Kernreaktor hingekommen? Nein, das sind die Algen. Saatstreuer. Da, Kernreaktor. Äh, wird nicht gerade gehen. Drei Superlegierungen. Ein Uranstab. So ein Zweier können wir machen. Äh, Uranstab. Ne, wir haben drei Uranstäbe. Dann müsste es eigentlich gehen. Okay, nochmal Superlegierungen. Schnell gucken. Wir kommen wieder vom einen ins andere rein. Okay. Oh, schon wieder Schwarzpulver. Okay, was war gleich nochmal Schwarzpulver? Ne, müssen wir doch noch haben. Habe ich keinen Schwarzpulver mehr? Wo habe ich denn das jetzt hingetan? Hier, zweimal Schwefel, einmal Iridium. Okay, zweimal Schwefel schnappen. Schwarzpulver herstellen. Eins am anderen, ganz langsam. So wie der falsche Knopf erwischt. Dann brauchen wir zwei Wasserflaschen. Dann haben wir es. Brauche ich sonst gerade noch was zum Essen? Ja, eigentlich schon. So, einmal Wasser, einmal Wasser trinken. Würde passen. So, die haben wir. Die werden wir schnell futtern. Oder den. Sehr gut. Und dann gibt es ein weiteres Kraftwerk. Die Kraftwerke haben wir hier unten. Jawohl. Äh, wo bist du? Kernreaktor C2. Irgendwie daneben? Oder hier rein? Ja, machen wir hier rein. Platz. Dann haben wir nämlich wieder Energie. Gut. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, was ich noch machen wollte. weil uns die Energie ja ausging. Wir waren... Achso, ja, geht ja eh nicht, weil diese Stäbe fehlen. Ja, liebe Freunde, ihr könnt mir wirklich helfen, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, wie wir hier äh, an diese Methankartuschen kommen. Also da habe ich echt keine Ahnung. Da bin ich aufgeschmissen. Ohne die können wir die Rakete nicht bauen. Das wäre natürlich irgendwie schade. Was wollte ich denn gleich noch machen? Bevor uns die Energie ja ausging. Ach, der Manipulator steht jetzt hier hinten. Genau, das hatten wir noch. Was machen wir hier? Inventar. Okay, kann ich da irgendwie was rüberschieben und dann wird das mal... Ach, dann können wir forschen. Ich würde sagen, wir machen mal eine Aubergine da rein und... Nein, um Gottes Willen. Aber eine Alge zum Beispiel. Forschen wir. Keine Übereinstimmung gefunden. Okay, was für eine Übereinstimmung suchen wir denn? Ja, aber das ist natürlich interessant. Das neue Spielzeug, das ganz, ganz viel Energie braucht. Und dafür aber auch cooler aussieht. Gut, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mir mit der Kartusche helfen. Sonst müssen wir die Rakete halt ein bisschen verschieben, bis wir das selber rausfinden. Oder ich. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.